Hey Carlos, heute habe ich ein neues Video für euch und zwar ein kleines Sportvideo und hier zeige ich euch, wie ich einfach fit bleibe, vor allem wenn es jetzt noch draußen kälter ist. Ich verwende oft Fitnesszeitungen und schaue mir da ein paar Übungen ab, aber auch im Internet gibt es wirklich viele Übungen, die ihr nachmachen könnt. Das, was ich auch wirklich liebe fürs Training, sind so kleine Protein-Snacks. Jetzt in letzter Zeit esse ich lieber vegane Sachen und halt pflanzlich basierte Proteine, weil ich das einfach herausgefunden habe, dass mir das besser tut. Und dann habe ich eben auch noch Equipment, das was ihr gerade gesehen habt und was ich einfach liebe, ist die 7 Minuten App. Die mache ich wirklich oft einfach, wenn ich jetzt nicht so viel Lust auf Sport habe oder ins Fitnessstudio zu fahren, mache ich die zu Hause. Das sind ein paar Übungen, dauert nur 7 Minuten und ist echt schnell erledigt und man hat einfach trotzdem etwas für sich getan. Jetzt zeige ich euch auch noch einfache Übungen, die ich zu Hause einfach so zwischendurch mache und wie viele wissen, liebe ich es einfach, vor allem einen Po zu trainieren. Und da ist diese Übung sehr effektiv, wenn man das vor allem auf einem kleinen Stuhl macht, weil da kann man die Beine noch weiter runterbringen. Dann verwende ich auch gerne eine Hantel, zwick sie mir so im Bein ein, das ist schwer zu erklären. Und ihr müsst dann halt wirklich den Po sozusagen zusammenpressen, dass die nicht runterfällt und die Übung ist wirklich auch sehr effektiv. Dann Ausfallschritte habe ich jetzt nicht so gerne. Und da habe ich lieber die seitlichen Ausfallschritte, die finde ich irgendwie ein bisschen cooler und auch effektiver, weil sie den Po noch ein bisschen mehr formen. Und das, was ich gleich dazu sagen will, ich bin keine professionelle Sportlerin oder so. Ich mache das einfach Hobbymäßig, weil es mir Spaß macht und ich kann euch nur sagen, wie ich das Ganze mache, wie ich die Übungen ausführe. Und ja, wie oft ich das Ganze mache, ist auch eigentlich unterschiedlich. Ihr solltet euch selbst so eine eigene Anzahl, euch selbst einfach aussuchen, wie viel ihr von den Übungen schafft, sodass es halt noch anstrengend für euch ist. Und hier habe ich dann wieder eine Po-Übung mit so einer Bell, die bekommt ihr in jedem Sportgeschäft eigentlich zu kaufen. Und wichtig ist auch für mich, dass ihr bei den Übungen, vor allem bei den Po-Übungen, den Po richtig zusammenpresst. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon richtig fertig. Für den Bauch mache ich natürlich auch noch ein bisschen was. Und da habe ich diese Übung hier für euch, die liebe ich. Und dann auch noch diese, also ich weiß jetzt nicht die genauen Namen dafür. Aber die sind für mich sehr effektiv und mache ich zu Hause einfach gerne auch zwischendurch. Und da mache ich meistens so 35 bis 45 Stück von jeder Übung. Ich möchte mit diesem Video einfach nur ein paar Leute motivieren, Sport zu machen. Und da mir schon einige gesagt haben, dass sie eben durch mich angefangen, Sport zu machen, habe ich mir gedacht, weil sich auch viele gewünscht haben, so ein Sportvideo zu drehen, mache ich das jetzt einfach mal. Und wie gesagt, bitte urteilt nicht über mich. Ich bin keine professionelle Sporttrainer, Coachin oder was weiß ich. Und ja, und hier die letzte Übung, die ich auch noch mache, die ich letztens erst entdeckt habe für mich selbst. Einfach aufs Bett legen und dann mit einer Hand die Arme so trainieren. Trainiert auch die Schultern und finde ich auch richtig cool. Das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr ausführlich ihre Sportvideos haben wollt, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!